Es formiert sich Protest in Österreich gegen Korruption. Am Abend ziehen rund 1000 Demonstranten vor die ÖVP-Zentrale in Wien, fordern den Rücktritt von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz. Der wehrt sich nachdrücklich gegen die Anschuldigungen. Wenn man weiß, was man getan hat und wenn man sich sicher ist, dass Anschuldigungen gegen die eigene Person falsch sind, dann gibt einem das auch die Kraft, die man in so einer Situation braucht. Und ich werde die Kraft nutzen, um mich gegen alle falschen Vorwürfe gegen mich zu wehren. Und zwar mit allen rechtlichen, aber auch mit allen demokratischen Mitteln, die in unserem Rechtsstaat zur Verfügung stehen. Sagt er und pocht auf die Unschuldsvermutung. Doch auch die Grünen, mit denen Kurz auf Bundesebene koaliert, erhöhen den Druck auf den konservativen Regierungschef. Sie stellen die Handlungsfähigkeit von Bundeskanzler Kurz in Frage und haben alle im Parlament vertretenen Parteien zu Gesprächen eingeladen, um über die Regierungskrise zu beraten. Die Vorwürfe gegen die Spitze der ÖVP wiegen schwer. Und deshalb geht es jetzt um Stabilität und Ordnung, um Stabilität und Verantwortung, um Stabilität und Aufklärung. Für die Opposition ist die Sache klar. SPÖ, FPÖ und NEOS halten Kurz für untragbar, amtsunfähig und fordern geschlossen den Rücktritt des Kanzlers. Hintergrund ein mehr als 100-seitiges Dokument mit Korruptionsvorwürfen, dass Sebastian Kurz als Hauptverdächtigen sieht. Es geht um die Anstiftung zur Untreue, es geht um Bestechlichkeit. Als ist jeglicher Anstand in der türkisen ÖVP verloren gegangen. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt Kurz und seine engen Vertrauten, sich mit manipulierten Meinungsumfragen den Weg ins Kanzleramt erkauft zu haben, finanziert mit Steuergeldern. Untertitelung des Kanzleramt.